so hallo und herzlich willkommen bei akkadian news und zwar folgendes seid ihr bereit für ein neues abenteuer ich meine seits schon was für ein mysteriöser ort wo könnte es sein kannst du mal damit aufhören ja da wäre echt cool wenn du damit aufhörst danke so und weiter geht zu den news und zwar wo könnte es sein seid gespannt und noch irgendwas neue instanz entdeckt passt auf euch auf so das war's die news von akkadia vielen dank fürs zuschauen dabei sein und fürs reinschalten tschüss also montag morgens um 9 uhr bis nachmittag ein wartungsarbeiten tschüss Vielen Dank.